Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici 1. April 2019 Denderas Blick in die Akasha-Chronik Heute könnt ihr mit einer Überraschung rechnen. Etwas Unerwartetes nähert sich. Natürlich, wenn das so ist, löst erstmal Unsicherheit aus. Aber wenn ihr dabei ein gutes Gefühl verspürt, dann kann das auch euer Glück sein und ihr könnt auf diese Situation anpassen. Es ist heute auch eine schöne Liebesenergie. Vorausgesetzt ist, ihr zweifelt nicht daran. Ihr sollt Angst, Zweifel überwinden. Dann begrüßt euch das Liebesglück. Und das war Denderas Blick in die Akasha-Chronik. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Herzlich willkommen bei diesem kurzen Info-Video über Karma und Karma auflösen. Über dieses Thema habe ich ein Klärungsvideo gemacht. Und dieses Klärungsvideo werde ich nicht veröffentlichen. Wenn ihr Interesse daran habt, ernsthafte Interesse, darüber mehr zum Erfahren, was bedeutet Karma, wie kann man die Karma auflösen, bekommt ihr dieses Klärungsvideo gratis. Schreibt mir bitte ein E-Mail, dann bekommt ihr den Link dazu und fühlt euch zu nichts verpflichtet. Ich bedanke mich voraus für die Interesse und ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.